weiter geht's heute mit infamist second son wir machen heute weiter wir wollen nämlich doch ein bisschen wir wollen ja heute noch ein bisschen aufräumen hier so wir wollen uns heute das letzte viertel erobern dass mich downtown sein wird und ich komme tatsächlich hoch das ist der sendemast so letzter sendemast down nächste also der nächste sondern insgesamt so dann haben wir das auch soweit also ein paar laufen wir doch mal noch rum von den dupiter der rüsten wir wollen ja auch da unten ein bisschen schädigen das heißt wir sitzen ein paar jungs frei hier so ein bisschen inhaftiert wurden das sind drei stück insgesamt einmal ja jetzt auf einmal geschissen kommen die jungs aber du und die findet das natürlich lustig das ist mir schon klar dass jetzt noch mal ankommt aber ich befreie trotzdem alle das ist nicht dass du jetzt auch direkt zu mir kommt noch mal liegen das ist aber nett dass ihr wirklich alle jetzt noch einmal zu mir wollt so da hinten machen wir mal kurz den jetzt bin ich so hoch gekommen und wo bist du weg so wir sind so hoch gerannt dann komme ich hoch eben halt so jetzt ist mal feierabend da du kannst mal direkt wieder runter gehen wo man sich schließlich dich zu suchen so du machst mal auch den abflug so wir machen nach und nach die stadt wieder sicherer liebe leute das wie gesagt letzte viertel überhaupt hier in in für mich second son ja gucke meine anlocken wo schon wieder die nächsten einiges angerannt ihr habt ihr wollt nicht dass ich da bisschen aufräume war ihr werdet so ein bisschen ja bis lang ist eure existenz leute da bis sie auch dauern ich sehe das gelb ausgefüllte dort schon ich sehe das gelb ausgefüllte dort schon wenn das jetzt ein heli startet kommt jetzt gerade ungelegen naja naja warte wow 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 die rakete kommen wir doch noch runter aber der heli ist doch du bist ja eine ist denn der der sitzt immer noch unten ne die die auch weg ja das ist nämlich klar jetzt ein bisschen ärgern wollte das ist mir schon klar hier war ich habe gesagt ihr habt angst um eure existenz komplett liebe leute die die heinies das ist das ist das ist das ist haja ja 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 ich lucro das nächste gebiet oder das ist okay das wird alles so da und okay jetzt kommt ihr mit fünf leuten angeschissen oder was ernsthaft ich habe mich mal wieder komplett ich brauche mal gerade kurz die energie einer noch wenn es nicht hinterher gelaufen kommt aber ich komme auch zu dir so hallo so war das immer weil das ist auch alles downtown das ist das gute das ist also das hilft auf jeden fall ungemein dass wir die jetzt mal bei daumen bekommen so jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr ruhe jetzt eigentlich in diesem laden hier braucht er nicht hallo muss ich jetzt extra hochkommen so geschichte so und jetzt ist mal du lebst doch jetzt aber naja die tp citra ist natürlich nicht noch nicht eingenommen aber ich gehe jetzt erstmal sprayen wenn ich mal hier in der ecke bin damit wir das auch schon mal sicher haben ein glückchen trinken noch aus meinem energy drink ich weiß es ist so gesund aber egal keine Zeit für kaffee gehabt gehabt und jetzt habe ich wollte ich mir noch ein energy nehmen erinnerung kühlschrank stand da nächste ja die schablonen kunst abgeschlossen so während der verkehr gerade steht ziehe ich mir gerade mal kurz das näher und bei euch voraus das würde es einfacher machen verdächtiger gerettet genau wenigstens räumen mit ihr sind sie sind sie du willst mich angreifen doch so ich gehe mal in erhöhte position damit ich ungefähr mal überblick habe was ich auf was mich also da erwartet hier in dieser dup zentrale munitionskiste ja es ist mir klar dass sie jetzt wieder da ankommt die sind natürlich jetzt alle schön in der hütte ich kann schon von hier oben die 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 zentrale rausholen vielleicht geht das jetzt was schneller an den anderen an den hinteren komisch dran oder dazu muss ich jetzt mal die die jungs da zu klein und zu arbeiten aber ich finde manchmal jetzt zipp bei zipp warte mal da ist irgendwo noch eine kamera oder so ne hier ist down Geh mal wieder runter Du hast hier oben ja nichts zu suchen, Digga Lebt der eine noch? Glaub nicht, ne? Jetzt wollen die auch irgendwie noch Leute holen Ich mag ja die Neon-Krafter am liebsten Nein, da haben wir auf jeden Fall immer ein bisschen Nachschub So Das ist die Dex-Kamera Dann arbeiten wir uns erstmal hier durch Hoha Ich werde beobachtet da Dauer Geht's noch? Was denn der? Einfalls tot jetzt Meine Checkpoint hier ausschalten So, 72% hatte ich doch nur noch Naja, die sind natürlich noch mal ein bisschen heftiger besetzt Auf jeden Fall hier in Downtown Aber ich brauche Neon-Kraft Ich habe keine Kraft mehr Das ist das Problem an der Sache Ich habe zuerst keine Äh, keine Ja, schau mal Aber da oben noch eine DUP-Zentrale mehr Aber die will ich mir nicht holen Das ist die vorletzte dann Wir sind jetzt im vorletzten Gebiet hier So Der ist glaube ich freiwillig runter, ne? Und den da Zwischendurch muss ich mich mal wieder komplett rausziehen Das ist normalerweise sehr unüblich bei einer Äh, nein Ich will keine Videokraft Ich will die Neon-Kraft haben Leck mich doch Weil die Videokraft bei mir ist noch nicht so ausgebaut Dass ich, ähm Obwohl, die geht aber eigentlich tatsächlich auch klar Aber ich habe nur zwei Raketen Das ist das Problem an den Sachen Dann hole ich mir den Dings mit der Videokraft Kammer ist zerstört Aber ich glaube Ja, ich bin wieder da, Digga Hör mal Klar ist, die mich jetzt ärgern wollen Vier haben wir noch So, Kamera auch down hier Und damit Oh ja So Geschichte So So Ach ja Wegnehmen 4 4 Vier haben wir noch So. Ich komme mal hoch, mein Digga. Ja, nice one. So, auch du ist Geschichte und du gehst jetzt auch noch warten. Und damit haben wir da eigentlich das Thema die UP-Zentrale komplett etwas erledigt. Da fehlt noch einer. Ja. So, hauen wir die UP-Zentrale noch hoch. Erledigt. Bam und aus. Vorbei. Das ist die Videokraft gar nicht mal so schlecht eigentlich. Vor allem kann man dieses Dauer... Das Dauerfeuer ist immer gut. So, Dauerfeuer ist wieder soweit die UP-Zentrale frei. Also, warte. Ich hole mir noch schnell die ganzen Scherben. Und dann gehen wir in die Nebenmission. Und zwar jetzt. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Infamous Second Sun. Hierbij hier im Ja. Ich hole mich noch. Nein. die Farm admirerst. .